Kommt von Prof. Zajus Kiew und besitzt WM-Erfahrung seit Brisbane im April 1994. Aber jetzt zur nächsten Tonnein, zu Cahara zu beginnen. Sehr schwierig, diese Vorwärtsakrobatik, verbunden mit reaktiven Kräften, nämlich Umkehrbewegung, sofort zum Vorwärtshalten. Ein sehr schöner, weicher Teppich ist das hier, sagen die Athleten. Der Untergrund der Stadionsportale ist auch etwas federnd. Sehr gute Bedingungen, die die Firma Speed hier den internationalen Athleten bietet. Dappelsaltung mit geöffneten Knien, also das ist noch nicht die Form, die...